Hallo Fans des KFC Hürding, E-Beans, euer Gebten. Ich begleite euch heute mit der Kamera und hoffe, dass wir einen tollen Tag haben mit hoffentlich einer riesengroßen Feier am Ende des Tages und vielleicht mit einem etwas dicken Kater morgen früh und vielleicht sehe ich da noch etwas schlimmer aus. Also, seid gespannt. Tschüss, ciao! Ich bin gerade am Frühstücken und bereite mich natürlich schon auf das Spiel vor. Ihr seht, sehr leckere Zutaten zu meinem Frühstück und ja, ich halte euch auf dem Laufenden, was es gleich noch alles gibt. Bis dahin, tschö! Wie ihr seht, ist noch alles relativ ruhig hier. Von Anspannung ist noch nichts zu spüren. Ich gucke noch Sky. Und ja, gleich muss ich Nudeln kochen und ich melde mich mal von dort aus, ja, von der Küche. Also, bis gleich. Tschüss, ciao! Ja, nochmal hier ein Gruß aus der Küche. Ich glaube, das Motto des heutigen Tages lautet, Deckel drauf machen. Ich bin auf dem Weg zum Spiel, also erstmal zum Treffpunkt. Ich habe hier eine nette Begleitung. Palle, sag mal kurz Hallo. Hallo. Wie ist dein Tipp für heute? Ja, ich sage ein gutes 0-2 für uns. Genau, sehr gut. Also, wir sind alle positiv gestimmt und jetzt geht es ab zum Stadion, zum Treffpunkt. Ja, ihr seht, wir wackeln hier ein wenig im Auto. Das liegt an Palles krasser Fahrweise. Also, bis später. Wir sehen uns gleich in Hiesfeld. Tschüss, ciao! Der Tummel, der kann nicht auszupfen. Stimmt der, Alter. Stimmt. Warum hast du denn keine Frage gemacht? Der hat nicht seine Größe. Ach, du warst du denn die? Die haben alle gesagt, du hast denen nicht Hallo gesagt. Wirklich. Wann war dein letztes Tor? Das ist so, ich muss das Ding für ihn. Alle her, ne? Das ist so viel. Das ist das Schiff, das ist das Ding. Das ist das letzte Tor, ich habe das Ding für ihn. Das war das Ding. Äh. Max. Ja, wir haben die Enkel da oben. Was brauchen die Kletten? Geben wir auf Platz. Guten. Ja, wir brauchen sie noch Platz. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie. Ja, wir brauchen sie. Ja, wir brauchen sie. Alex Baby! 10, 10! Na, raar! Er ist eigentlich ein Fall. Ja! Du hast es gemacht! Du bist Frau, die Seite! Du hast es gemacht! Ja, liebe Fans, es ist vollbracht. Wir stoßen gerade an, hier sitzen im Bus. Wir haben natürlich keine CDs dabei. Wir sind natürlich richtige Amateure, aber egal. Wir kriegen die Fahrt nach Krefeld schon gut überbrückt. Hier kommt gerade Vincent Wagner. Vincent, hallo. Pass, ich bin der einzige der Dinge, wenn ihr überhaupt fahrt. Nein, 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 ich bin der neue Busfahrer. Egal, es ist vollbracht. Wir haben den Aufstieg gemeistert. Von daher, herzlichen Glückwunsch von der Mannschaft und von allen, die dazugehören. Und ab jetzt freuen wir uns gleich auf die Grotenburg und gleich wird gefeiert. Tschüss, ciao, Bussi, ciao, bleibt scharf. Jodi, 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 jodi. NIE MEHR! OBERLIGA! NIE MEHR! NIE MEHR! OBERLIGA MEISTER! OBERLIGA MEISTER! OBERLIGA MEISTER! NIE MEHR! NIE MEHR! NIE MEHR! KALIE, GRUZI! NIE MEHR! NIE MEHR! NIE MEHR! NIE MEHR! NIE MEHR! NIE MEHR! Guten Morgen Fans, guten Morgen Aufsteiger. Ich habe mir heute lieber mal eine Mütze aufgesetzt. Meine Haare sind noch zerzaust von gestern. Meine Stimme ist noch etwas angekratzt, aber das war es wert. Es war ein geiler Tag in Hiesfeld, was ihr dort geleistet habt. Das war sensationell. Später in der Grotenburg war überragend. Also ein ganz tolles Erlebnis. Ich hatte Gänsehaut. Wie gesagt, vielen Dank nochmal dafür. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dass ich den Tag mal mit der Kamera begleitet habe. In diesem Sinne eine schöne Aufstiegsfeier noch. Ich freue mich auf die neue Regionalliga-Saison. Tschüss, macht's gut.